hallo zusammen in diesem video zeige ich euch die quest quer durchs universum anzunehmen bei prophet fehlern auf macave an dieser position hier oben sieht man auch die koordinaten falls ihr sie benötigt nehme die quest gleich mal an und darf dann ein bisschen warten an dieser stelle der hinweis dass falls euch das video hilft dürft ihr gerne einen daumen hoch geben was mich auch freuen wird ist wenn ihr mich abonniert da bin ich dann besonders motiviert white requests aufzunehmen und hochzuladen der kampf startet nicht automatisch sondern ihr müsst erst prophet fehlern anklicken und dann diese sprechblase dann geht es los die npcs kämpfen auch mit sie greifen sogar von sich aus an mob kann nicht besonders viel ein paar cooldowns und da geht es schon down also bisschen später der hat halt nur sehr viel leben schaden finde ich macht er nicht falls man mal aqua haben sollte so eine heilfläche bekommt ihr auch gestellt heilt ich glaube 2 prozent der gesundheit normalerweise sollte noch eine kommen dann zeige ich es euch da ist eine genau 2 prozent der maximalen gesundheit aber wie gesagt man hat selten aqua und er macht auch nicht so viel schaden mein item level ist nicht sonderlich hoch 910 also ich habe überhaupt kein rate equip außer vielleicht vom lfr und durch nether splitter ja überhaupt kein problem das ist euer ende endlich einmal wird sein dämon aufgehalten wenn er weglaufen will in die der prophet fehlern böse der prophet fehlern böse auf maccabe an dieser position ihr seht ja wo ich gerade stehe hier oben sieht man auch die koordinaten wie vorhin erwähnt falls euch das video hilft gerne einen daumen hoch und oder mich abonnieren würde mich freuen und motivieren weitere quests aufzunehmen und hochzuladen für mein teil hoffe ich konnte euch helfen die quest abzuschließen bei den ciao tschau tschau tschau